Das hört sich nicht gut an. Unangenehm hört sich das an, ja. Moin, Leute! Willkommen zurück bei Lifeguard. Dem Simulator für... Ich klicke da einfach an. Geben denen eine Aufnahme hier. Hör mal! Keule! Dead Island. Sinnbar? Quest machen will. Will er nicht. Will er doch? Danke. Tschüss. Will er nicht. Jetzt ein Kinderspiel. Kinderspiel, Junge. Guck mal, eine Nahrungskonserve hat man schon. Eine was? Ja. Eine Nahrungskonserve. Eins von drei. Wir müssen also noch irgendwo zwei Stück finden. Alles klar. Kriegen wir hin. Reparieren eben ganz schnell. Das habe ich mich gerade vergessen. Fertig. So, such das Flugzeug, wenn du den Dschungel erreichst. wäre Nachtfalk und Zeichen der Verzweiflung ist am Leuchtturm. Da könnten wir eine Schnellreise hin machen. Könnten wir. Ganz gerne Nebenquests verfolgen, wenn du Hauptquests vorliegen musst. Müssen wir die erst abschließen. Okay. Anscheinend. Oder du musst was... Nee, kannst auch nicht auswählen, ne? Nee, ich kann auch nicht auswählen. Gut, dann... Okay, dann suchen wir mal Essenskonserve. Das Problem ist, wo? Im Dorf hier, ne? Steig mal ins Auto. Ich suche die Bars nach Essenskonserven. Bringe da Essenskonserven zu Cinemoy. Okay, also... Die Basis. Die Bars. Ach, die Bars. Also unten. Am Strand. Ja. Ja, ja, ja. Dann machen wir das doch. Ab an die Bar. Ab in den Club. Ab an die Bar. Alle singen. Schalalala. Nee, die hier singt gar nicht mehr. Schreit nur noch einmal aus. Ey! Der Schuss. Ja, tut er. Ja, tut er. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Zack. Easy. Easy. Also noch einer. Zwei. Komm doch. Komm doch. Ich stimme den hässlichen. Okay. Okay. Nahrungsmittel-Gonserve. Und? Wasser. Tür. Mann. Gut. Gut. Ah, nee. Da ist ein Häus. Da ist keine Bar. Nächste Bar ist da hinten. Über den Stich gleichlegen. Wie ich es muss sagen. Say I so. Vielleicht unterwegs noch mal einen Energydrink snacken. Da ist ein Badel. Da ist ein Energydrink. Komm her. Jojo. Ach, entspannt. Oh, was für die Scheiße. Mann, ey. Mann, ey. Ist das schon wieder kaputt, oder was? Gerade erst repariert. Mann. Tja. Sachen gehen sehr schnell kaputt hier. Hm. Kann ich durch. So, okay. Dann mach ich mal die Tür auf. Ja, danke. Bitte? Oh. Mann, doch. Nahrungsmittelkonserve. Geil. Hallo. Hallo. Ganz viel. Hallo. Was hat er gesagt? Zurück bringen. Sie ist belagert. Anscheinend sehr beliebter Mensch. Ja, welcher Hotel? Hungerlos. In der Hand. Also ja, hier steht bei mir steht noch hier, dann da hinbringen, ne? Also bringen wir die zurück. Würde ich so sagen, ne? Ah, hier sind noch mal welche. Inventar voll. Mein Inventar ist voll. Ah, okay. 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 Oh, hier kannst du reparieren. Cool. Ja, ich muss gleich auch mal gucken, ob ich irgendwie da mal Teile kaufen kann oder so. Ab nach oben erst mal die Konserven wegbringen, ne? Beziehungsweise das Inventar aufräumen. Ich kann ja so nicht angehen hier. Das ist etwa... Hat mich wundert, dass das war kein... ...neuen Marker wirklich. Da haben wir sofort zurückgehen können. So. So. Ich habe das gehört. So schön, sehr gut. Was der hell, das wird nicht tun. Das ist es. Aufstieg. Aufstieg. Ich kann das immer noch nicht auswählen. Ich auch nicht. Was ist das? Das ist ein weißes Wort. Ja, 30% mehr Haltbarkeit für Waffen, sehr gut. Wir machen das erst später. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt doof, die anzunehmen. Best Glock, Nachtfalke. Aber wo ist der Dschungel? Das ist die Frage. Die Fahne zeigt nach oben. Ach, jedes Mal, wenn du Mike fünf Flaschen Auto bringst, macht der Molotow Cocktails für dich. Moment! Ich habe mehr als genug Alkohol. Gut. Ich brauche ein bisschen öfter Whisky-Botteln, Vodka, was auch immer. Es sollte ein bisschen hier sein. Gut. Ich brauche ein bisschen öfter Whisky-Botteln, Vodka, was auch immer. Es sollte ein bisschen hier sein. So. Zweimal Molotow. Ich bin die Schnellreise. Hier oben. Jetzt Cinnamoy? Ja. Rettungsschwimmerturm, ne? Ne, Leuchtturm. Wo sind wir? So. Jetzt hier, die eine Quest ist hier um die Ecke. Zeichen der Verzweiflung. Zeichen der Verzweiflung. Mal gerade eben hier. Ja. Dann fangen wir doch damit an. So. Das Haus. Upp. Da geht's gut. Ja. Mein Gott, ne. Spring doch da rüber. Ja. Nein. Nein. Aua. Ja. Komm her. Aua. Ja, komm her. Aua. Ich bin gleich tot. Okay, wir sind wahrscheinlich nicht dazu in der Lage. Ne. Der haut fester. Der ist auf der Stufe 10. Hallo. Ohohohohoho. Nun. Ich bin da wirklich tot. Ach, geht wieder. Hat er noch eine Kiste. Schön. Da geht er mit James. So. Wie machen wir das? Der Händler hier hat auch weg ist jetzt. Ja, das ist doof. Find the plane? Nix. Achso, wir sind da oben. Da war... Bauplan, fuckle. Toll. Ja. Da ich gefühlt eh nie irgendwas für die Mods zusammenkriege. Werde ich gleich alles verkaufen, glaube ich. Na guck mal, jetzt sind wir da drauf. Ah, schön. Verkaufen. Dieses Brecheisen möchte ich bitte nicht haben. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Ich könnte mir hier so eine LP 4000 Batterie kaufen, um einen schweren Schockmod dann zu machen. Verkauft ihr die? Geil. Könnte ich mir auch kaufen. Oh, wie ist denn hier die Bergbank? Hinten durch. Mein Gott, am Arsch der Meier. Äh, wo ist es denn? Ah ne, ich brauche auch noch einen schweren Morgenstern, um den dann bauen zu können. Ja. Basisgegenstand schwerer Morgenstern, ja. Und Klebeband bräuchte ich noch. Und Messer. Damit kann ich doch jetzt, glaube ich, was bauen. Ja. Gürtel bräuchte ich dafür noch. Ja, gut. Wird schon, wird schon gleich irgendwie gehen. Ja. Die Block. West. Äh, Nachtfalke. Ja. Aber ist ohne Weg an Zeit. Ja, zum Dschungel. Die Frage ist, wo ist der Dschungel? Wird ja doch so, doch nicht mal irgendwie eine... ...mark angegeben, ne? Nö. Ich hätte es gesagt, wir gehen mal dahin. Da ist so ein Auto. Ich weiß nicht, ob du den Wegpunkt siehst. Ne. Und fahren mal durch die Gegend. Schauen wir mal. Ja. Okay. Schauen wir mal. Der Kettler hat sich wieder in Luft aufgelöst. Nummer 326 Meter. Mir wird angezeigt. Durch die... ...Quest ausgewählt. Nein. Entschuldigung. War das dein Wegpunkt? Nee. Das war von der Hauptquest. Achso. Das ist ein bisschen tief. Das würde ich mir überlegen. Hier vorne, danke, ist ein Auto. Quatsch. Wow. 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 Gemessert. Geklappt ohne Falschaden. Cool. Ach du, Heiland. Hey. Das ist jetzt schlecht. Ich bin 170 Meter von dir entfernt. Ja, ja, geht schon irgendwie. Ich bin ja gut. Oder so. Was sagst du? Er ist halt wieder so ein Dicker, aber das schaffe ich schon. Oh, der beißt. Aber mit der keine Arme mehr, beißt der. Oh, der beißt. Au. Ah, okay. Dann braucht er natürlich auch keinen Schaden, wenn die Waffe kaputt ist. Das ist richtig. Au. So. La, 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 la. Hat nicht viel gefehlt. Saftpaket. Wie kann ich jetzt? Ein Schneck. Ein Energy Drink. Ich guck mal, jetzt Auto packen. Jetzt das Paket. Ja. Tu mal. Ich guck mal auf die Karte. Jetzt sag mal, wir fahren da hin. Bist du drin? Nee, bist du nicht. Nee. Weil man nicht hier hinten, äh, auch noch eine Tür hat. Das hat man noch nicht, wo die hinführt. Achso. Ich fahr mal kurz hier raus. Zu keinem wichtigen Platz wird das hier. Gut. Dann machen wir mal eine Spritztour, nicht? So, dann spritz mal. Gut gemacht. So. Irgendwo Dschungel und so. So, macht warum wir das Spray-Scan hier hinführen, ne? Erkunden die gesamte Insel? Nee. Noch nicht fertig. Mal hier mal auf die Karte. Weitergeradeaus weiß ich halt nicht, ob es geht. Wahrscheinlich nicht, wenn das so steht. Ist eben wie ein Bus im Weg, also. Ach, im Weg, im Weg. Pappalapap. Stopp. Ah, fahr. Was soll passieren? Weiß ich nicht. Boom. Ja, ähnlich. Da geht es nicht weiter. Gut. Dann fahren wir zurück und fahren mal rechts. So ein Flugzeug kann man ja wohl irgendwie nicht übersehen, oder? Naja, eigentlich nicht. Ich muss es, wenn, dann da rechts hoch. Ja, hab ich gerade auch festgestellt. Wir fahren mal alle Straßen ab. Mal gucken. Da sind wir an irgendeinem Portal vorbeigelaufen. Da ist eine Quest. Dunkel kann doch eigentlich nur da, wo wir schon die ganze Zeit immer rumgelatscht sind, sein, oder nicht? Oder meinst du hier in der Mitte der Karte? Ja, oder zu dem Quest gehen wir weiter und dann die Straße Richtung Süden. Guck mal, was hier so ist. Hier sieht auch schön aus. Hotel. Ich glaube, die sind voll. Ja, kein Zimmer mehr. Hier links. Jetzt wieder links, ne? Weiter, weiter gerade raus. Entschuldigung. Miau. Das ist dann der Questgeber. Das ist dann der Questgeber. Er braucht unsere Hilfe. Wir fahren nach der Lebensgartenstour, wenn etwas in der Auto rief. John verloren hat und wir zerbrochen. Er ist noch da, in der Auto rief. Du musst mich helfen, ihn rauszuholen, bitte. Ich versuche. Oh, danke, schnell, über hier! Zwei. Drei. Vier. Keiner. Nein, sieht der mit schon schwer aus. Was ist denn hier los? Ich soll es selber aufmachen können, stehen wir nicht so an, nur was schlappen. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Oh, danke. John! John, du bist okay. Hier, zieh, was du aus dem Trunk brauchst. Alles, was du willst. Alles? Ist da nur ein Medikit drin? Ist das dein Ernst, Bitch? Entschuldigung. Gut. Zur Arena-Lobby brauchen wir nicht. Können wir hier die Straße weiterfahren, da geht es zu irgendwas. Gehen wir zur Arena-Lobby? Nein. Zack. Die Schütze. Sehr schön. Miau. Die Schütze sind mir aus. Ja, ich dachte, auf die Hande geguckt, den du angefangen hast zu lachen musst du nicht aber schnell gucken, was da passiert. Ja, okay. Hart gemacht. Hier geht auch nicht weiter. Aber hier kann man was bauen. Ach so, ja. Da vorne links wollte ich eigentlich hin. Und auch ohne bauen die Leiter hoch. Okay. Wopala. Verzeihung. Schneck. Gut, zwei Energy Drinks. Das ist bestimmt irgendwann mal interessant hier oben. Ist das weh? Nein. Gut, das ist somit schneller als Unterklipser. Ja, das stimmt wohl. Nimm den Karren mal wieder mit, ne? Ja, nimm du mal den Karren mit. Und ich, äh... War ich nicht. Halt dir den Strom in diesem Bereich aus. Lass mich halten. Das ist wahrscheinlich da oben, wo wir gerade waren. Wahrscheinlich. Schalte Schalter B aus. Ich geh mal gucken, ob das da eben Schalter B ist. Schalte Schalter C aus. Also, weil hier ist alles mit der Strom besetzt, okay? Da brennt ein Zombie. Hier ist ein Schalter. Ja, hier ist auch ein Schalter. Ach so. Also, ich bin beim Runterspringen gestorben. Übrigens. Okay. Von der Leiter. Ich hab mich an den Punkt Schaden gekriegt. No, ich komplett. Ja, ich... Wow. Ich hab gerade noch ein paar Spielgefährten gefunden. Ich bin sofort bei dir. Ich hab mal quetzgeguckt, du. Bitch. Vor allem ist sie an mir vorbeigerannt zu dir. Suche einen Weg auf die Plattform. Oh, oh, oh. Oh, schon. Und 19. Hält auch nichts aus. Nee. 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 Geht bestimmt ganz einfach. Ich springe hier, dass, ähm, so mit dem Auto, wo bei dir steht. Nee, nee. Wacht dir keine Umstände. Bleib einfach liegen. Das ist schon. Zack. Also, ich bin auf der Plattform, aber wir sind da jetzt auf dem Haus. Du musst wahrscheinlich hier das Tor irgendwie aufmachen. Ja, aber ich sehe halt keine Möglichkeit von... Also, warte mal. Man muss hier auf die Plattform. Man hat hier eine Tür. Ja. Nimm doch die Tür. Hallo, Jungs und Mädels. Oh, warte mal. Warte mal. Auah. Warte mal. Warte mal. Hey. not. No. Bars tay. Ja, wieso darf ich denn jetzt nicht schlagen, verdammt? So, Mann, da ist Strom drauf, ah ja, die Stufe 3, habe ich nicht, kann ich aber machen, theoretisch. Ja, Türchen auf, muss ich nicht hier reinlassen, weil ich hatte ein Level-Up, aber ich mache mal, ja, ich mache mal hier, so, bevor wir irgendwas anderes machen, machen wir mal hier Ende im Gelände, wir gucken uns die Tankstelle der nächsten Folge an, habt ihr gedacht, wir ziehen, habt ihr gedacht, aha, bis nächste Woche, ciao, ciao.